5-HTP ist eine chemische Verbindung, die aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt wird. Es wird oft als Nahrungsergänzungsmittel verkauft und hat einen Einfluss auf die Serotonin-Produktion im Körper. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Stimmung, Schlaf, Appetit und Schmerzempfindung spielt. Einige Studien legen nahe, dass 5-HTP bei der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Schlafstörungen, Migräne und Fibromyalgie helfen kann. Es gibt jedoch auch Studien, die keine signifikanten Auswirkungen von 5-HTP zeigen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einnahme von 5-HTP Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Magenverstimmungen und Schlaflosigkeit verursachen kann. Daher sollte die Einnahme von 5-HTP immer mit einem Arzt besprochen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.